Was ist Quantum Computing? Was beschäftigt jemanden aus dem klassischen Unternehmen, wieder zurück in die Forschung zu gehen? Was für Anwendungsfälle gibt es überhaupt beim Thema Quantum Computing? Das sind die unterschiedlichen Themen beziehungsweise Fragen, die ich mit dem lieben Johannes vom MIT beantworte. Neue Folgen jeden Freitag. In dieser digitalen Welt gibt es einen speziellen Faktor, der über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Daten. Doch nur die wenigsten wissen sie für sich zu nutzen. Wer seine Kunden verstehen will, um ihnen das bieten zu können, was sie brauchen, kommt um ein professionelles Datenmanagement nicht herum. Jonas Rascheli interviewt andere Experten aus den Data-Bereichen und zeigt Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert. Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data-Podcast. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Eine spannende Folge. Ich war auch und bin auch immer noch nervös, weil auf dem Pullover oder eine Weste sagt man dazu. Beim Gast steht etwas mit drei Buchstaben, was er wahrscheinlich gleich kurz erzählen würde, was mich ein bisschen neugierig macht und total froh bin, dass ich mit dir sprechen kann, lieber Johannes. Danke, danke Jonas. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr, sehr gespannt auf die Unterhaltung und ja, auf jeden Fall musst du nicht gestresst sein. Wenn, dann bin ich aufgeregt. Cool. Ja, Johannes, damit wir auch vielleicht die drei Buchstaben irgendwann auflösen, stell dich doch mal kurz vor, wer du bist, was du machst und warum wir aus unterschiedlichen Zeitzonen gerade höchstwahrscheinlich sprechen. Ja, also guten Morgen aus Cambridge oder Boston in Massachusetts in den USA und ja, die drei Buchstaben sind MIT, die hier auf meiner Weste stehen. Ja, ich erzähle mal vielleicht ein bisschen von, wie ich hergekommen bin zum MIT. Also, Vanessa hat mir vorhin erzählt, dass mein Akzent noch ziemlich deutsch ist, was ich so schätzen weiß. Ich bin tatsächlich noch gar nicht so lange hier. Ich bin seit anderthalb oder knapp anderthalb Jahren in den USA, hier bei MIT. Davor war ich in Oxford für ein bisschen und davor in der Schweiz. Jetzt aber eigentlich bin ich Deutscher und Grieche, also halb deutsch, halb griechisch, in Deutschland geboren, dann in Griechenland aufgewachsen, wieder in Deutschland studiert. Ich habe Mathe, Informatik und dann habe ich noch Lehramt gemacht. Ich habe ein paar Jahre an der TU Darmstadt promoviert. Dann habe ich in Berlin gearbeitet und dann später in Basel. Also, erst mal im Consulting, Daten, Digital und AI, also meine Examensarbeit und meine Forschung war in der KI. Damals so KI im Brettspielen. Ich war eigentlich immer in so dem Bereich Daten und KI unterwegs, bevor es, sage ich mal, sehr, sehr sexy wurde, der Begriff für, was man alles machen kann mit KI. Und habe mich dann entschieden, vom Consulting in die Industrie zu wechseln und war dann bei der Novartis in Basel für sechs Jahre. Das war eine sehr, sehr spannende Zeit, auch in dem Bereich Daten, ich sage mal, eher von der Business-Seite, Daten und Analytics und, ich sage mal, in diesem komplizierten Verhältnis von validierten Daten oder, sage ich mal, Daten, die einen Impact haben auf Patienten und da mal ein bisschen anders mit umgehen muss und vorsichtiger mit umgehen muss als mit anderen Daten. Und, ja, hat dann ein ganz tolles Projekt gehabt. Das war eine der größten Transformationen in der Pharmaindustrie, wo wir komplett alle Datensysteme ersetzt haben. Nach diesem Projekt kam auch, das war so die Zeit, wo gerade ChatGPD auch rauskam oder kurz vorher. Wie gesagt, anderthalb Jahre rückwirkend, muss man, glaube ich, dazu sagen. Also, du beschreibst ja jetzt gerade die Zeit bis anderthalb Jahre in der Vergangenheit. War gerade so der Hype. Ich glaube, da ist gerade wie ein Spross ChatGPD entsprungen. Genau, das war so 2022, sage ich mal, so Sommer, Fall, so ein bisschen dann der Herbst dort. Ich glaube, das kam im, was war das, Oktober oder November oder so kam es raus, ChatGPD und dann ist alles so explodiert überall. Weil, interessanterweise war das ja auch so ein prägender Moment, weil ich war ja lange in der KI. Ich habe die LLMs auch verfolgt, auch so mit GPT-2. Ich hatte Freunde, die Startups mit GPT-2 hatten. Es war sehr interessant, was sie gemacht haben und es war auch beeindruckend teilweise. Aber ich dachte nicht, dass dann mit der nächsten Version das schon so schnell kommt. Also, ich glaube, wir waren alle ziemlich überrascht. Dass der Boom so krass ist, ja. Ja, dass es wirklich so krass ist. Und ja, zu der Zeit hatte ich dann auch schon überlegt, naja, ich würde gerne wieder in die Forschung und so fünf bis zehn Jahre in die Zukunft blicken. Ja. Und überlegen, was ist so das next big thing? Und habe mich dann entschieden, einmal nach Oxford zu gehen für ein Degree in AI spezifisch. Ja. Und dann kam eben auch das Angebot hier von MIT. Und ja, das konnte ich natürlich dann nicht abschlagen mit den drei Buchstaben. Genau, das ist die Auflösung, ja. Das ist dann die Auflösung, ja. Und so bin ich hergekommen, genau. Ja, wenn man so ein bisschen die Wellenbewegung von dir begleitet, sozusagen von aus der Forschung kommt, dann ins Unternehmen. Obwohl ich jetzt unterstellen würde, dass Pharma schon ein Beispiel dafür ist, dass es ja auch sehr forschungsnah ist. Ja. Versus vielleicht andere Unternehmen wie klassische E-Comerceler. Und jetzt wieder zurück in die Forschung. Was hat dich jetzt vor allem beim letzten Schritt dazu bewegt, wieder in die Forschung zu gehen? Und MIT ist ja jetzt auch ein kleiner Name, also ist ja schon bekannt. Und wir können ja auch gleich darüber sprechen, was du forschst. Auch ein spannender Punkt. Ja, das ist ein guter Punkt. Also ich glaube, es war hauptsächlich die Neugier. Ich glaube, es war dieser Drang von, was wird die pharmazeutische Forschung wirklich stark beeinflussen? Wo geht auch die pharmazeutische Forschung hin? Wie kann KI und andere Methoden mit der pharmazeutischen Forschung oder bei der helfen und sie weiterentwickeln? Und was ist so der nächste Schritt für die Wissenschaft? Und das hat mich dahin gezogen. Also Novartis und wie eigentlich jedes Pharmaunternehmen ist sehr stark mit der Forschung verbunden. Also ich sage mal pharmazeutische Forschung, das ist ja das Grundprodukt. Das ist immer eine sehr langjährige Forschung von 10 bis 15 Jahren, bis ein neues Produkt rauskommt. Und ich sage mal, diese langfristige Sicht auf Forschung ist, sage ich mal, im DNA von so einer Firma und ich sage mal der kompletten Industrie verankert. Und für mich ist es relativ natürlich, so in diesen Zeitdimensionen zu denken, in diesen 10 bis 15 Jahren, wo ich dann denke, okay, was ist so die nächste Technologie, die rauskommt, die die Welt verändern könnte? Ich meine, mRNA haben wir gesehen mit Covid-Zeiten. Ja, ein Podcast mit einer Person aufgenommen, die das erforscht hat, ist ganz, ganz spannend. Sorry, dass ich unterbreche, Johannes, aber wie du sagst, also du hattest Freunde, die ein JGBT2-Startup gebaut haben oder basierend auf. Du hast sozusagen deine Arbeiten schon früher auf dem Thema AI versus Schachspielen mitgemacht, wenn ich das richtig verstanden habe. Das sind aber alles so Themen. Es ist nicht zwangsweise eine große Wette. Ich versuche es jetzt irgendwie sehr simpel zu erklären. Auch das, was du jetzt erforschen wirst, kann oder muss ja nicht zwangsweise in 10 Jahren dann den Hype haben. Ja, korrekt. Ja, also das ist ja eben das Ding mit der Forschung, dass du eben nicht, man weiß ja nicht, also es ist ja einfach ein Risiko. Also ich glaube, jeder, der in so einer frühen Forschung oder frühen Forschungsphase unterwegs ist, hat ja genau diese Bedenken, dass das, was ich jetzt mache, hat vielleicht überhaupt gar keinen Einfluss auf irgendjemanden oder in der Zukunft. Ich glaube, man braucht schon ein gewisses Mindset dafür, um sich auf sowas einzulassen. Das Schöne ist, und ich glaube, das ist eigentlich auch ein sehr guter Punkt, zurückkommt auf MIT. MIT hat auch diesen Gedanken, und es hat mich hier angezogen, herzukommen, spezifisch zu MIT, war, dass die MIT ist sehr basiert auf Deep Tech. Und Deep Tech heißt, ich sage mal, Forschung, die oft an Hardware ist, also ich sage mal, an harten Sachen versus Software. Das muss nicht unbedingt Computer sein, das kann auch zum Beispiel in der Energie oder in Medizin oder Chemie oder sonst was. Aber in all diesen Disziplinen ist die Idee, was hier erforscht wird, kommt vielleicht in 10 bis 15 Jahren auf den Markt und hat dann einen riesen Einfluss. Aber die Wurzeln sind dann hier. KI hat auch sehr, sehr starke Wurzeln hier und dann eben auch Quantencomputer, auf die ich dann wahrscheinlich über, dass wir dann später ein bisschen reden werden, was ich aktuell mache. Aber dieser Gedanke, dass wir hier was forschen, was vielleicht rauskommt, aber wenn es rauskommt, hat es einen sehr großen Einfluss auf die Welt. Und der Gedanke ist hier tief verankert. Also das ist der komplette Mindset von fast allen Leuten, die hier am MIT unterwegs sind. Wie geht ihr eigentlich vor, um zu gewährleisten, dass ihr die richtigen Sachen findet? Also wie kann man, wie findet man, ist Indizien das richtige Wort? Wie findet man Merkmale, um sagen zu können, das ist ein Thema, was in den nächsten 5 bis 10 Jahren wächst? Vor allem, wie du sagst, Hardware. Also du brauchst ja auch nochmal eine ganz andere Grundstruktur, von der du abhängig bist. Das merkst du ja jetzt gerade mit NVIDIA und Co., dass es ja auch da nochmal ein Ökosystem gibt, wovon du abhängig bist, um gut zu wachsen. Ja, ja, korrekt, ja. Also ich glaube, es gibt zwei Dimensionen. Einmal, sage ich mal, Naivität von früher Forschung. Ich glaube, das ist sehr interessant. Das ist auch in der pharmazeutischen Forschung wirklich ein interessantes Phänomen. Nein, die Forscher, die sind auch oft etwas, etwas, was jünger, wollen einen großen Einfluss auf die Welt haben und starten mit einer Idee, von der sie überzeugt sind. Und diese Idee des Impacts von der Forschung ist sehr prävalent. Und wenn jemand wirklich überzeugt ist davon, dass diese Forschung ja etwas bewirken wird und sie auch interessant für die Person ist, dann steht auch die Person dahinter. Und ich denke mal, das ist die eine Dimension, also persönliche Motivation, persönliche Überzeugung. Das Zweite ist dann eher das Ökonomische und da geht es um Skalierung. Einmal gibt es natürlich auch innerhalb von MIT sehr, sehr viel Konkurrenz für so Drittmittel und Gelder, also von der Industrie, von Grants, also ich meine Government Grants, der National Science Fund, also NSF zum Beispiel, ist ein sehr großer Geldgeber. Und generell natürlich werden diese Gelder vergeben an Ideen oder von Komitees, die gewisse Ideen spannend finden und daran glauben. Und dann gibt es natürlich dann die nächste Phase, wo MIT sehr stark drin ist, ist diese Sachen zu kommerzialisieren. Und da ist, sage ich mal, vielleicht sogar der größte Vorteil gegenüber zum Beispiel europäischer Forschung, dass die europäische Forschung sehr, sehr stark ist, aber das schwieriger wird, Sachen zu kommerzialisieren in Europa. Und ich glaube, deswegen kommen auch viel mehr von diesen Tech-Startups in Amerika, weil die Gelder sind da und die Motivation, viel Geld in etwas reinzustecken, was vielleicht eine ziemlich verrückte Idee ist. Open AI zum Beispiel zu seiner Zeit war ja auch eine komplett verrückte Idee, vor was sie macht, ja, als es angefangen hat. Aber es waren genug Leute da, die ja einfach crazy genug sind, daran zu glauben und zu sagen, hier sind 10 Millionen, 100 Millionen Dollar für so ein Konzept, wenn das richtige Team da ist und die richtigen Forscher dabei sind, ja. Also die zwei Komponenten, denke ich mal, treiben diese Forschung, ja. Ja, spannend, dass auch das Team entscheidend ist. Absolut, absolut. Ja, ja. Das Team, ich glaube, das ist A und O. Und hier ist es auch sehr oft so, dass Teams gemixt werden zwischen Business und den technischen Teams. Also ich war auch bei der MIT Sloan, das ist ja die Business School von MIT. Ja. Und diese Business School ist sehr, sehr verankert in das MIT-Ekosystem. Das heißt, sehr oft werden dann Forscher, die so Hardcore, Biotech oder eben Quantencomputer oder was auch immer forschen, werden dann zusammengewürfelt mit den Studierenden aus und Professoren von Sloan, die dann zum Beispiel Industriekontakte haben und die wissen, wie Sachen kommerzialisiert werden. Und das, sage ich mal, das geheime Rezept von MIT ist auch ein ähnliches Konzept, zum Beispiel Stanford, Harvard, Berkeley, also es gibt ähnliche Konzepte. Aber das ist, sage ich mal, die Stärke, die ja hier existiert und die bei MIT jetzt auch ziemlich einzigartig ist. Ja. Vielleicht können wir es ja mal am Beispiel Quantum Computing mal machen, was du jetzt erforscht, was du ja gerade schon gesagt hast. Das heißt, das Ziel ist schon irgendwann zu schauen, dass auch die Uni, natürlich vor allem in Amerika, wie du sagst, sind auch kommerziell oder wollen natürlich auch Geld verdienen und suchen sich dann Sponsoren, Partner, die diese Forschung mit unterstützen und dann natürlich später auch von den Ergebnissen profitieren, wie jetzt beim Beispiel OpenAI, wohlwissend, dass es natürlich eine große Wette sein kann. Ja, 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 auf jeden Fall. Also es gibt hier verschiedene finanzielle Ökosysteme, die sich darauf spezialisieren, auf unterschiedliche Phasen eines Unternehmens. Und es gibt natürlich die klassischen, es gibt, sage ich mal, von Later Stage, so Private Equity. Es gibt dann, die sich jetzt eher weniger auf so Deep Tech fokussieren würden. Dann gibt es Venture Capital. So Venture Capital, die würden sich je nach Spezialisierung vielleicht auf ein gewisses Gebiet oder auf eine gewisse Phase, vielleicht auf sehr Early Stage oder Late Stage Startups fokussieren. Und dann gibt es nochmal, sage ich mal, BCs und Funds und so Accelerators, die hier heißen, die Venture Studios zum Beispiel, die sich auf wirklich Early, Early Phase Startups fokussieren. Und hier spezifisch in Cambridge, also Boston, gibt es auch genug Venture Capitals und Firmen, die sich auf, ja, sage ich mal, diese großen Wetten spezialisieren. Das heißt so Deep Tech, was wir nennen. Und dann gibt es, sage ich mal, diese Horizonte von vielleicht fünf bis zehn Jahren mit extrem hohem Risiko. Also kann gut sein, dass da einfach überhaupt nichts rauskommt. Und das ist denen auch sehr bewusst. Und entsprechend bauen sie auch ihre Kapitalstrukturen auf, um zu sagen, okay, ich weiß, ich investiere jetzt dieses Geld in eine Firma und höchstwahrscheinlich sehe ich gar nichts wieder. Aber vielleicht auch was Risiges. Vielleicht kommt sowas wie OpenAI raus. Und wenn man das oft genug macht und smart genug macht, dann irgendwann mal kommt was ziemlich Cooles dabei raus. Es gibt auch Angel Investors natürlich, die selber vielleicht ein Startup schon mal hatten, irgendeine verrückte Idee schon mit Erfolg hatten und dann wieder versuchen zu investieren in genau solche verrückten Ideen. Und es gibt, sage ich mal, diesen Vetting-Prozess, also dass etwas schon mal geprüft wurde auf Plausibilität, weil das Deep Tech ist ja sehr, ich sage mal, schwierig zu verstehen. Einfach per Definition, weil es einfach sehr früh ist und es gibt nicht viele Beispiele, Erfolgsnachrichten von dieser Technologie. Aber es gibt Professoren bei MIT, die eben hoch spezialisiert sind auf dieses Thema. Und die Professoren selber helfen mit diesem Spin-out von MIT. Das heißt, die Unternehmen, die eigentlich, wo du nicht weiter forschst, aber dann das Gefühl hast, das ist ein Thema, was du sofort recht früh kommerzialisieren kannst und dann vielleicht noch irgendwie MIT-Anteile hat, aber auch der Investor-Anteile hat und vielleicht das Team auch Anteile hat. Genau, so funktioniert das ja. Also hier zum Beispiel Boston Dynamics, zum Beispiel den Atlas-Roboter und den Hund, der da tanzt, den man öfter auf Videos sieht. Das war jetzt genau so ein Fall. Das ist schon ein bisschen älter, aber das ist genau so ein Beispiel von einer verrückten Idee von einem MIT-PhD, der sagt, okay, ich würde jetzt gerne einfach Roboter bauen. Und es hat eben genug Geld bekommen, genug Support, um so eine Firma zu gründen, ohne Business-Modell zu der Zeit. Also niemand wollte so ein... Das ist doch schwer zu sagen. Also die, egal wie viele, also Business-Cases brauchst du ja meistens auf Basis von Annahmen. Aber so viele Annahmen kannst du bei solchen Sachen ja gar nicht treffen. Also es sind so viele Variablen, die so unsicher sind. Ja, genau. Und ein weiteres Beispiel, also zu deinem Punkt von Quantum Computing. So ein Beispiel wäre zum Beispiel Qera. Das ist jetzt ein Quantum-Startup hier in Boston, das von der Harvard-MIT-Professoren und Laboren entstanden ist. Und beide, also Harvard und MIT sind da Spitzenforscher in Quantum Computing. Und ein Labor hat an einer gewissen Technologie geforscht, das heißt Neutral Atoms oder Cold Atoms. Und sie haben sich einfach entschieden, okay, diese Technologie ist viel besser als zum Beispiel, was IBM macht oder Microsoft oder Google. Und wir haben einfach eine coole Idee, wir würden das umsetzen. Und dann hat sich das Labor samt Professoren einfach selbstständig gemacht, eine Firma gegründet und recht viel Kapital auch gesammelt. Und hat jetzt erstaunlich gute Ergebnisse. Also die sind jetzt Spitzenreiter, sag ich mal, von Null auf direkter Competitor von den Spitzenreitern von IBM, Google, Amazon, die schon seit vielleicht zehn Jahren unterwegs sind in der Forschung. Und da ist ja auf der einen Seite auch ein Reportationscase, den du irgendwie aufmachen kannst und sagen kannst, dass nicht nur zwangsweise direkt monetär Benefit rauskommt, sondern dass du dich auch als Firma in dem Bereich gut platzieren kannst. Ja, korrekt, ja. Um die Leute vielleicht nochmal abzuholen, weil wir schon ein bisschen, also mit dir kann man ja in die nächsten fünf bis zehn Jahre schauen und du möchtest das auch. Ich glaube, für viele ist es nicht alltägliches Business, ist auch gar nicht schlimm. Aber kannst du Quantum Computing nochmal sozusagen in zwei, drei Sätzen erklären, wie du es vielleicht jemandem erklären würdest, der sich nicht mit dem Thema auskennt? Ja, das ist immer so die eine Million Dollar Frage, die bitte in einem Satz Quantum Computing erklären. Ja, ich versuche es mal. Ich habe eine ganz simple Erklärung, aber du wirst das wahrscheinlich bei mir drüber laufen. Also Quantencomputer, ich fange mal an mit Anwendungsfällen. Also es gibt gewisse Probleme, auf die man kommt, wenn man Informatiker ist, früher oder später, die heißen komplizierte Probleme. Und diese Probleme skalieren sehr stark mit dem Wachstum der Eingaben. Das heißt zum Beispiel, so ein Beispiel wäre Travelling Salesman. Das heißt, wenn ich von einer Stadt zu einer nächsten gehen will und wandern will und eine beliebige Anzahl von Städten abdecken will und ich suche den optimalen Weg, also für zum Beispiel so Verkehrsplanung, so Google Maps ähnlich, je mehr Städte ich dazu bringe, desto schwieriger wird es, dieses Problem zu berechnen. Und das wächst exponentiell. Das Problem ist, Computer heutzutage wachsen ja immer nach diesem Moors Law. Das heißt, die Geschwindigkeit verdoppelt sich so alle anderthalb Jahre. Das heißt, wenn ich zum Beispiel zehn Städte hätte und ich kann nur zehn Städte kalkulieren, wenn ich eine elfte Stadt hinzufüge, dann muss ich anderthalb Jahre warten, bis meine Computer stark genug sind. Das ist halt ein bisschen ungünstig. Also es gibt viele Versuche, um solche Probleme zu optimieren. Die funktionieren auch recht gut, aber trotzdem fundamental gibt es diese Komplexität. Jetzt mit Quantencomputing ist eine neue oder einfach eine andere Methode, um diese Schwierigkeit zu übergehen. Und wie das funktioniert, ist eigentlich sehr überraschend, also überhaupt gar nicht intuitiv, aber man versucht, quantenmechanische Phänomene auszunutzen. Und das sind so vier Eigenschaften, die man auf einem quantenmechanischen Level, also einem sehr, sehr kleinen, sag ich mal einen Nanometer, kleinen Level beobachten kann. Das ist in der quantenmechanischen Ebene. Und diese Phänomene sind einmal die Superposition, also dass jetzt, wenn wir zum Beispiel Elektronen beobachten, dass es einen Spin hat, ich sag mal eine Rotation in einem Kreis, dass es diese Eigenschaft hat von irgendwo in diesem Kreis zu zeigen, wie so ein Kompass. Und es kann sich halt bewegen in diesem Kreis. Das Zweite ist, dass zwei Quanten, also zwei, sag ich mal, wenn ich jetzt Elektronen nehme, sich enttangeln können, also mit verknüpfen können. Und wenn eins sich verändert, ändert sich das andere instantiös, also zur exakt gleichen Zeit mit. Und das Dritte ist dann, es gibt auch die Teleportation, also interessante Phänomene, dass sich die Quanten auch teleportieren können zwischen Barrieren, wo es eigentlich nicht möglich sein sollte. Und das sind erstmal ganz komische Phänomene, die man beobachten kann oder schon seit 100 Jahren oder so beobachtet. Und irgendwie kam man zu der Idee, dass man das ausnutzen kann, um Probleme zu lösen, diese komplexen Probleme. Und hauptsächlich geht es darum, dass diese Superposition, also die erste Eigenschaft, sehr interessant ist, dass einfach beliebig viele, anstatt eine 0 und eine 1, wie ein klassischer Bit oder ein klassischer Transistor, kann es einfach beliebig viele Werte annehmen in diesem Kreis eben. Und das ist einfach die, sag ich mal, Zeit nach Norden oder nach Süden oder nach Osten. Und mit dieser Eigenschaft und den anderen beiden Eigenschaften kann man einfach sehr, sehr interessante Sachen kalkulieren. Weißt du, ich muss gerade lachen, weil das wäre meine einzige Erklärung gewesen für Quantum Computing. Ich hätte einfach erzählt und sagen, hey, pass auf, die alte Logik ist 1 oder 0 abzusprechern. Das ist sozusagen die Logik, wie Computer funktionieren, wenn du versuchst, deiner Oma zu erklären. Und die neue Art und Weise ist, dass du nicht nur 1 und 0 hast, sondern diese, also nicht schwarz oder weiß, sondern du kannst mehrfach 1 oder 0 an einem Element haben. Und dadurch hast du die Möglichkeit, nochmal ganz anders zu rechnen. Also ich hätte jetzt versucht, sehr, 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 sehr simpel zu erklären. Aber du machst es natürlich viel, viel besser. Aber das wäre meine Logik gewesen. Ja, das ist eine super Erklärung. Ja, das ist eine super Erklärung. Okay, sorry, ich habe dich unterbrochen, aber gerne weiter. Nee, 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 super. Also ich meine, ich mache es mal an einem Beispiel von einem Anwendungsfall. Also das wären, sage ich mal, Algorithmen für Optimierungen zum Beispiel. Salesman haben ganz viele. Also Travel Salesman ist ein Thema, was, als ich jetzt im Verlagsumfeld gearbeitet habe, die haben alle Probleme, die müssen ständig neuere Gebiete schneiden. That's the way to go. Ja, ja, absolut. Also alles mit Logistik, Warehouse, Supply Chain, da gibt es riesen Anwendungsfälle. Aber auch so Portfolio-Optimierung zum Beispiel für Investments, für den finanziellen Bereich ist das sehr interessant. Kryptografie, das kennt halt jeder mittlerweile. Also dieses, diese Hacker-Computer, die dann alles hacken werden und das Leben unsicher machen werden, was eigentlich gar nicht so ist. Also da glaube ich, das ist für mich persönlich der am wenigsten interessanteste Anwendungsfall, obwohl es der berühmteste ist. Da kommen natürlich alle Forschungsgelder her, muss man sagen. Also in diesem Bereich. Um es wieder sicher zu machen, aber eher, oder? Ja, so zweifach. Einmal gibt es natürlich diese Drohung, dass der Quantencomputer wird deine RSA-Verschlüsselung, die sehr, sehr prevalent benutzt wird, einfach aushebeln und man kann alle Nachrichten, die man verschickt, entschlüsseln. Das ist natürlich ein Problem, vor allem auch sowohl Privatsphäre-technisch, aber auch so Sicherheitstechnisch für, ich sage mal, Militär und Regierungen und so weiter natürlich am wichtigsten. Und diese Drohung, dass sowas passieren kann oder sowas theoretisch möglich ist, steht natürlich im Raum und deswegen auf der anderen Seite hat man die Verschlüsselungsverbesserung. Das heißt, dass Systeme oder Verschlüsselungssysteme upgradet werden und das ist natürlich ein riesiges Business-Upgradet. Der Gegenspieler sozusagen, ja. Der Gegenspieler und das wäre genau, um sich jetzt abzusichern von solchen Attacken. Die Wirklichkeit ist so, dass die Quantencomputer heute sind ja eher in diesem experimentellen Bereich. Das heißt, das sind ja eher Physikexperimente als jetzt Computer, die ich in meinem Unternehmen einsetze, um tatsächlich ein Problem zu lösen. Weil sie noch nicht so weit sind. Ja, sie sind einfach noch nicht so weit, ja. Es ist einfach sehr, sehr schwer, auf so einem quantenmechanischen Level diese Kalkulationen durchzuführen. Und entsprechend werden neue Modelle die ganze Zeit gebaut, neue Computer werden gebaut und es gibt eine gewisse Progression. Man hat jetzt eine sehr gute Progression gesehen. Das war auch Thema meiner Thesis, die ich geschrieben habe. Also wie geht diese Progression des Quantencomputings weiter? Also die gute Nachricht ist, es wird immer besser. Ungefähr auch mit so einem Motion Law. Also es verbessert sich auch exponentiell. Aber auch nicht in diesem anderthalb Jahren Rhythmus, oder? Ja, interessanterweise doch, ja. Also sehr, sehr ähnlich. Aus irgendeinem Grund funktioniert das auch so. Allerdings in Quantencomputing hat man ein paar mehr Dimensionen als jetzt nur, sag ich mal, Bits oder Transistoren. Also ein, ich sag mal, Moore's Law, der zählt ja Transistoren. Das heißt, das sind ja nur die Bits, sag ich mal, die ich abbilden kann. Und in Quantencomputing gibt es ja diese Qubits, also Quantenbits. Und die sind zwar auch interessant, die entwickeln sich auch exponentiell, aber im Quantencomputing gibt es sehr, sehr viele Fehler. Das heißt, die sind sehr fehleranfällig. Und die hauptsächliche Forschung, die jetzt heute stattfindet, ist diese Fehleranfälligkeit zu reduzieren. Und wenn man eine sehr, sehr geringe Fehleranfälligkeit hat, kann man auch größere Codes bilden oder größere Computer bauen, die dann entsprechend gut was kalkulieren können. Deswegen gibt es einfach ein bisschen mehr von diesen Parametern, die man beobachten muss. Wenn man sie zusammenbringt, dann sieht das auch ungefähr moorisch aus. Also die Gesamtleistung verbessert sich auch in so einem ähnlichen Moore's Law. Allerdings trotzdem ist jetzt einfach mal das ein paar Zahlen zu nennen, damit man sich was vorstellen kann. Es gibt aktuell so ein paar Quantencomputer bis zu 130 oder auch 200 oder so Qubits. Das wären theoretisch richtig viele, um was richtig Cooles zu machen. Allerdings, weil sie fehleranfällig sind, baut man sowas, das heißt logische Qubits, also logische Qubits. Das sind fehlerbefreite Qubits. Also mit denen kann ich tatsächlich arbeiten. Das sind nicht so theoretische Qubits, sondern ich kann jetzt tatsächlich damit arbeiten. Die erste Maschine, die eine Handvoll von logischen Qubits hat, kam gerade erst raus, also dieses Jahr. Und um wirklich interessante Fälle abzudecken, brauchen wir mindestens mehrere hundert Qubits, um die ersten Anwendungsfälle für Optimierung durchzuführen. Und sage ich mal, um zu entschlüsseln, also für diese wirklichen sicherheitsrelevanten Themen, bräuchte ich mehrere tausend, so knapp vielleicht 4000 Qubits, also logische Qubits. Wir sind aktuell jetzt bei zwei. Das heißt, es dauert noch ein bisschen. Ja, und wenn, ja. Und wenn, ja. Man weiß auch nicht genau, ob das passiert. Es gibt viele Schwierigkeiten dahinter. Aber deswegen, diese Verschlüsselung ist zwar kein Thema, dass jetzt heute jemand deine Nachricht entschlüsseln würde, aber der Gedankengang ist ein anderer. Und zwar, was hier passiert ist, dass Hacker und Regierungen sich natürlich verschlüsselte Daten ziehen und diese verschlüsselten Daten speichern. Das heißt, die Geheimnisse... Weil du irgendwann kannst du sie hacken. Exakt. Und deswegen werden sie alle auf Vorrat gesammelt und irgendwann mal werden sie entschlüsselt. Das wäre jetzt bei deiner WhatsApp-Nachricht vielleicht nicht unbedingt kritisch, dass du jetzt, was du vor zehn Jahren jetzt gechattet hast mit jemandem, aber für eine Regierung doch wichtig. Also deswegen entsprechend fließt auch sehr viel Geld, um diese Geheimnisse zu bewahren. Aber das ist, wie gesagt, für mich der am wenigsten interessante Fall, weil man kann eben entgegenwirken. Es gibt heute schon Verschlüsselungskonzepte, die von NIST, also von der Organisation, von der Standardisierungsorganisation der USA, schon genehmigt worden sind, die kryptografisch sicher sind, auch von Quantencomputing-Attacken. Das heißt, heute schon kann man umstellen auf diese Methoden. Auch jetzt Apple zum Beispiel, iMessage, aber auch andere Verschlüsselungsdienste sind schon umgestellt. Das heißt, da muss man sich als Autonormalverbraucher jetzt keine Sorgen machen drüber, über diese Quantencomputing. Ist so weit in die Zukunft gedacht. Ja, ist so weit in die Zukunft gedacht. Da gibt es viele interessante Anwendungsfälle. Was ist denn für dich der spannendste Anwendungsfall? Meine Forschung aktuell fokussiert sich auf Medikamentenforschung. Das, finde ich, ist der spannendste Fall auch, auch so intellektuell. Und zwar geht es ja darum, in der pharmazeutischen Forschung, in der frühen Forschung, sucht man ja nach gewissen Molekülen, die eine gewisse Krankheit oder ein Target angehen. Und wenn wir zum Beispiel sagen, jetzt eine Krebszelle und wir wollen jetzt ein gewisses Medikament haben, das auf diese Krebszelle bindet und diese Krebszelle eben ausschaltet zum Beispiel oder inaktiv macht. Wenn wir nach solchen Molekülen suchen, aktuell dann gibt es viele Datenbanken, wo wir durch so verschiedene Moleküldatenbanken gehen, durch Proteine zum Beispiel und sagen, okay, dieses Protein könnte mit meinem gewissen Target interagieren und könnte an diesen binden, also die Rezeptoren binden aneinander. Man kann das auch kalkulieren, ob das in der Praxis funktionieren würde. Ich sage mal, klassische Pharmaforschung wäre so, dass wir müssten das testen. Wir nehmen ein Molekül und wir testen das in vitro und dann vielleicht später in Tieren und dann in Menschen, ob das auch aus sicher ist und funktioniert. Allerdings, um das zu beschleunigen und jetzt auch nicht unnötig zu testen, können wir das simulieren. Und das nennt sich dann in Siliko, also dann in Computern. Aktuell kann man das, gibt es coole Methoden, mit denen die KI-powered sind. Die sind recht stark in vielen Anwendungsfällen. Allerdings sind sie genau wieder limitiert durch das exponentielle Wachstum. Und zwar, was da passiert ist, da die Moleküle so klein sind, die Proteine und eben die Target, zum Beispiel eine Zelle, sind quantenmechanische Phänomene wichtig. Zum Beispiel das Protein selber muss ja im Körper überleben. Körper ist hauptsächlich Wasser. Also wie wird denn dieses Molekül im Wasser überleben? Wie lange bleibt es denn stabil, bis es sich zersetzt? Und wenn es dann andockt an diese Zelle, dockt es dann auch richtig an? Und wie stark ist diese Bindung? Und was man da macht, ist man kalkuliert die Energien von Elektronen, die das binden, also von diesem Protein und den Elektronen, die an der gewissen Zelle sind und ob die miteinander binden können. Allerdings je nachdem, wenn du noch ein Elektron dazu nimmst, hast du ein exponentielles Wachstum an Computerleistung. Und die aktuellen Computer können, selbst jetzt bei Nvidia, die allerbesten Supercomputer zusammengesetzt, könnten bis zu ungefähr 50 von diesen Elektronen kalkulieren. Allerdings 25, sorry, 25. Und wir bräuchten allerdings vielleicht 50 bis 100, um tatsächliche pharmazeutische Forschung akkurat durchzuführen. Und um das zu machen, ist die einzige Lösung Quantencomputer. Also auch wenn wir jetzt selbst 100 Jahre weiter... Uns bekannte Lösungen gerade, oder? Uns bekannte Lösungen, ja. Also es gibt auch andere bekannte Lösungen, aber ich sage mal die vielversprechendste. Wenn wir mit aktueller Hardware einfach weiter so machen würden, wie bis jetzt, dann würden wir auch in 100 Jahren sowas nicht kalkulieren können. Allerdings, wenn wir mit Quantencomputern so fortgehen, wie wir denken, dass wir fortgehen würden, dann könnte das schon in 10 bis 15 Jahren Wirklichkeit sein. Vielleicht auch ein bisschen früher, hoffentlich. Aber das drücke ich mal ungefähr die Zeitleiste. Und was das natürlich ermöglicht, ist einfach eine extreme Beschleunigung der pharmazeutischen Forschung und einfach komplett neue Moleküle zu finden für Krankheiten, die wir heute nicht bekämpfen können. Und ich finde das persönlich, es ist so der einzige Weg, um diese pharmazeutische Forschung komplett zu redefinieren. Also wir haben ja vorhin die ganze Zeit darüber geredet, wo muss man Geld investieren und wie viel kommt dann raus? Und du es ja gerade sagst, wenn man schafft, dieses Thema zu lösen, hat man natürlich, kann man sagen, die Menschheit verändert. Also da hast du ja schon nochmal ganz, ganz, ganz andere Möglichkeiten, plötzlich die Themen anzugehen. Ja. Und schwerwiegende Themen wie Krebsforschung oder sonst Themen, wo wir uns ja schon sehr lange mit aufhalten. Ja, ja, ja. Meine persönliche Motivation ist, ich hatte in meiner Familie und auch im Freundeskreis selber viele Fälle von Krebserkrankungen oder auch anderen Erkrankungen, wo Medikamente, die wir hergestellt haben, tatsächlich geholfen haben und das Leben verbessert haben oder auch verlängert haben. Und ich sage mal, diese Zeit, die man hat mit Familie und Freunden, ist gegen nichts einzutauschen. Ich finde nichts wertvoller als das. Ich glaube, es gibt dann keinen monetären Wert, den man auf sowas legen kann. Und ich glaube, es gibt keine bessere Motivation, an so einer Forschung zu arbeiten, die ja vielleicht keinen Impact hat. Ja, vielleicht hat sie aber auch einen riesigen Impact. Und ja, das ist es wert. Ja, das hast du gerade schön gesagt. Ich glaube, wie du sagst, ich glaube, das kann man nicht aufwiegen. Und dann ist man auch, glaube ich, bereit, Wege oder Themen einzugehen, die nicht zwangsweise 90 Prozent Erfolgsaussicht haben. Aber auch, da reicht auch eine 20 oder 30 Prozent Erfolgsaussicht, wenn man natürlich das Thema angeht. Die Erwartungswertrechnung. Ja, aber es ist ein schönes Thema. Und es zeigt nochmal, was du vorhin gesagt hast, im Thema Team und Motivation, dass das nochmal ein Thema ist, was natürlich, glaube ich, ganz anders jemanden motiviert. Ja. Einen nicht aufgeben lässt. Und vielleicht auch nochmal sozusagen, weil es ist ja auch ein sehr langer Weg. Ich weiß gar nicht, weißt du, wie lange an den JetGPT-Themen waren? Sieben Jahre, hast du gesagt gehabt, ne? Bis sozusagen 2.0 draußen war? Oder bis jetzt 3.5 oder 3 draußen war, wo sozusagen der Hype war? Ja. Und davor wurde ja auch geforscht. Also das sind ja irgendwie 10, 15, 20 Jahre, wo Forschung stattgefunden hat. Ja, viel, ja, auch noch viel länger. Also ich meine, das KI-Thema ist ja so alt wie Computing eigentlich. Also es wurde schon extrem lange dran geforscht, so knapp 70 Jahre oder so. Aber jetzt OpenAI selber als Firma war ja so ungefähr um die 7, 8 Jahre, bis es rauskam. Und sie hatten ja auch in anderen Themen geforscht, bevor sie dann auf GPT gekommen sind. Zu der Zeit gab es ja noch keinen, das T noch gar nicht, diese Transformer. Die kam ja erst 2017 raus. Ja, das Ganze benötigt einfach viel Zeit, Motivation und ja, ein bisschen Naivität, um da überzeugt zu sein, sich auf sowas einzulassen. Ja. Gibt es schon Use Cases, die funktionieren in dem Bereich? Also es gibt eine Methode, die heißt Annealing. Das ist, sag ich mal, die älteste Methode von Quantum Computing, die kommerziell verfügbar ist. D-Wave ist der Hersteller und die machen das schon seit knapp 20 Jahren oder so. Also erstaunlich lange in so einem Bereich. Annealing wird benutzt für zum Beispiel Optimierungsprobleme. Und in manchen Optimierungsproblemen funktioniert das recht gut. Es gab schon einige, also wenn man, ich sag mal, heute irgendwo in den Medien was liest, okay, VW oder BMW oder sonst wer hat irgendwas gemacht mit Quantum Computing, dann ist es oft eben Annealing, so Optimierungen. Und da ist natürlich ein Vorteil, dass man hat, sag ich mal, das ist ein klassischer Ansatz und dieser Ansatz ist, sag ich mal, eine Kalkulation, die man schon vorher gemacht hat. Man benutzt die und verbessert die. Das heißt, man hat, sag ich mal, das Maximum schon rausgeholt aus den konventionellen Computern, schmeißt es dann in den Quantencomputer und guckt, was passiert, so über mehrere tausend Male eine Optimierung und irgendwann mal kommt was Besseres raus. Also dieser Anwendungsfall, den Anwendungsfall gibt es. Der ist, ja, ich sag mal, ein bisschen hit and miss. Also aktuell noch sind die noch nicht so stark, dass sie immer was Erfolgreiches rausgeben. Und der ROI ist noch nicht da. Also das Return of Investment. Wenn ich jetzt wirklich sagen würde, es lohnt sich computationally, also es lohnt sich für mich, dass ich eine Million Euro investiere, in das mit einem Quantencomputer zu kalkulieren versus jetzt mit dem NVIDIA Supercomputer. Also von daher, theoretisch ja, gibt es Anwendungsfälle aktuell, aber das wäre eher in der Forschung für, wie setze ich es ein im Unternehmen und wie wachse ich im Unternehmen. Und da wollte ich eigentlich noch was dazu sagen, also weil es ist nochmal wichtig. Und zwar der Punkt Quantencomputing ist einfach ein sehr kompliziertes Thema, sich reinzulesen, sich in den Thema zu trainieren und dann später auch solche Capabilities aufzubauen im Unternehmen. Und dafür braucht man eigentlich recht viel Zeit und man braucht viel Expertise, die aktuell nicht stark vorhanden ist. Und deswegen ist es schon sehr wichtig für Unternehmen, sich frühzeitig damit zu beschäftigen, obwohl es keinen direkten ROI gibt, am Tag 1 oder am Tag 0, wird es in ein paar Jahren, in zwei, drei Jahren, dann auch erste Anwendungsfälle geben, wo sowas dann Sinn macht. Und wenn die Probleme des Unternehmens schon gemappt worden sind auf Lösungen und ein Team existiert, das, sag ich mal, sowas skalieren kann und tatsächlich auch anwenden kann, dann ist man am richtigen Zeitpunkt, um das auch umzusetzen und davon zu profitieren. Das haben wir zum Beispiel jetzt gesehen bei JetGPT oder Gen.AI. Viele Unternehmen, vor allem in Europa, hatten da gar keinen Bezug zu und dann plötzlich kam GPT raus und alle wollten ihre AI-Experten bekommen und einkaufen und einsetzen. Und das ging halt recht langsam und zweitens war es auch so, dass auch bis heute auch noch eher weniger Erfolge da sind, weil man braucht schon sehr viel Know-how, um das tatsächlich sinnvoll einzusetzen im Unternehmen. Und den gleichen Fehler sollte man nicht wiederholen mit Quantum Computing. Die gute Nachricht ist, Europa ist da sehr, sehr stark dabei auch, also auch Deutschland insbesondere. Es gibt sehr, sehr viel Forschung in Unternehmen, zum Beispiel QTAC, das ist ein Verband der größten Firmen in Deutschland, die sich mit Quantum Computing beschäftigen, die auch Informationen austauschen und da sehr aktiv sind in der Forschung. Und ich glaube, das ist der richtige Weg, da früh zu investieren, um dann auch diese Vorteile zu nutzen, wenn die Technik soweit ist. Ja, ich merke gerade, wir könnten noch viel länger drüber sprechen und das Thema lässt einen nicht locker und mir fallen noch so viele Fragen ein, aber ich glaube, irgendwann muss man einen guten Punkt finden, zu beenden. Und ich glaube, vor allem das Letzte, was du gesagt hast, zwecks der Motivation, ist, glaube ich, ein guter Punkt, wo wir einfach sagen sollten, dass wir jetzt zu den zwei Fragen übergehen und vielleicht kriegen wir nochmal Feedback von allen anderen, ob die Folge gut war oder nehmen wir nochmal mehr auf. Wenn du Lust hättest, da nochmal die Details zu geben. Ich spreche immer sehr lange über Quantencomputing, da muss mich da schon starten, ja. Nein, 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 um Gottes Willen. Die zwei Fragen, die ich meinen Gästen ja immer wieder stelle, ist, was machst du denn noch privat mit Daten? Ist ja spannend, jetzt jemand, der in die USA liegt. Und wie würdest du deinen Filmtitel, bin ich jetzt gespannt, vor allem beim Thema Quantencomputing benennen, von deiner Forschung bei dir jetzt? Ja, okay. Ich fange mit der ersten an. Also privat mit Daten. Ich habe da einen lustigen Anwendungsfall, so zu Anfang der Corona-Zeiten, wo wir alle noch im Lockdown waren, hatte ich so eine Nespresso-Maschine und habe mir dann alle Kapseln gekauft, die es gibt, so alle unterschiedlichen Geschmäcker und wollte sie einfach mal testen und habe dann angefangen, auch zu listen, welche Kapsel mir am besten schmeckt und was die Unterschiede sind. Und immer merkte ich, dass das eigentlich, das schmeckt alles gleich, das schmeckt alles so ein bisschen nach Hafer. Und dann bin ich ziemlich tief in den Kaffee eingestiegen, weißt du, so ganz typisch mit so einer italienischen Espresso-Maschine, was weiß ich. Und da habe ich dann aber schnell gemerkt, dass das tatsächlich viel Skill benötigt und aber auch so ein Rezept gibt, weißt du, so ganz kleine Einstellungen, die einen riesen Unterschied machen mit diesem Espresso-Shot. Und ich habe tatsächlich angefangen, das alles aufzulisten, mit allen möglichen Sensoren einzubauen, die dann alles messen und dann ein bisschen Data Science angewandt, um den perfekten italienischen Espresso zu ziehen. Und ja, mein Data Sheet nutze ich heute noch gerne, um mir anzuschauen, mit welcher Bohne und welcher Temperatur ich was hinbekommen habe. Und ja, das ist, sage ich mal, vielleicht mein unnötigstes Datenhobby. Aber es macht Spaß. Nee, sehr cool. Also ich bin großer Kaffee-Fan. Kann man da irgendwie was verlinken von deinem, also gibt es da ein Sheet oder ist es ein Geheimnis? Kann man sozusagen die Insights teilen oder? Aber von dem Datensteil, ja, bestimmt, ja, also ich glaube, also man braucht, wir müssen es in die Show-Notes machen. Ja, kann sich das hier nochmal anschauen. Du brauchst aber eine italienische La Pavoni-Hebelmaschine, weißt du, die machen wir als Affiliate-Link da nochmal mit rein. Genau. Cool, sehr schön. Und ja, der Filmtitel, also ich meine, es wurde ja schon so, weißt du, so Quantum ist ja so ein ausgelutschtes Wort schon. Da gibt es schon einfach so viele Firmen und Titel und Filme, die da mit Quanten gehen. Aber tatsächlich hat mich mal jemand gefragt, was du jetzt vorhast in deiner Karriere und warum du herkamst und ich dachte, das wäre auf jeden Fall mein Ansatz für einen Quantensprung. Also deswegen würde ich vielleicht einen Quantensprung als Filmtitel nehmen. Sehr nice. Vielen, vielen Dank für die tolle Folge und an alle Hörer und Hörerinnen schreibt mir oder Johannes, ob ihr nochmal was dazu wissen wollt und dann kriegen wir vielleicht auch nochmal eine zweite Folge auf. Vielen Dank, Jonas, hat mich sehr gefreut.